Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Jetzt suchen Sie ihn eben. Ich will Fägelein sehen. Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Du bist den Unterbiet verloren. Wir werden die im Norden und Osten besser an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände. Wohin immer der Feind vordringt, das soll nur noch eine Wüste vorfinden. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützt. Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schesserei? Dann soll die Armee fährt machen! Haben Sie noch zwei Fägelein im Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrutscht. Die Kinderrechte, das ist doch der Schmeiß des deutschen Fassens. Sie ist ohne Ehre! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Ob sich zu antarischieren, warum nicht dein Werk krank? Ja, vielleicht schon da! Fägelein! Fägelein! Fägelein!